Danke! Ich baue mich schon auf den Finger! Geh weg! Du scheiße Bissi! Nein, muss das sein! Shit, 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 shit... Nein! Ja, Motto-damage, nichts, scheiße! Oh... Ein Glück das er nicht Heimweh bekommen hat! Das nirgends ist auch hier gegangen! Oh... Das gibts doch nirgends... Weg hier! Weg! Nein, musst du von hinten Chenggreifen! Scheiße, äh, bevor năm er verreckt! okay das war kein Kritik mit Loh äh kein kein Motto Klo hier in bitte in bitte bitte danke danke das ist schon das dritte Maulöse, dass ich im Imt bin Oh, ist das zu laut! Ich sollte mir imtuell vielleicht erstmal ne Karte holen, glaube ich Scheiße, bis gleich Ich bin die ganze Zeit überspritsch gelaufen Ich hab ganz Zeit den Ausgang verpasst Ich bin blöd im Kopf, ich bin einfach nur blöd Einfach nur total blöd im Kopf Ich bin einfach nur total blöd im Kopf Ich lauf die ganze Zeit am Ausgang vorbei Das gibt's nicht, ey Das gibt's echt nicht Ja komm, geht mir nicht auf den Keks, Mann Ach, müsst ihr jetzt auch noch Chef immer so treffen Mann Ah, ne Mist wie ich ja Ah, ne So Geht mir bitte nicht auf den Keks Jetzt wo ich weiß wo's lang geht Eingermaßen weiß wo's lang geht Treff doch mal Paula Muss das jetzt sein Uhhh 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 Nerv Oh, Mann Mann, ey Mann, 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 Mann Triff doch mal Alter Ah, Leute Und das Video wird's wieder Ich hab vergessen, Homesick zu halten, ne? Ich bin doch blöd Ich bin blöd, ich bin sowas blöd Oh, ich würde da nicht im Boss Battle jetzt, äh, Homesick Jetzt hab ich ein kleines Problem Ah, fuck Doof, doof, doof Ja, Mann, ist Ich sollte vielleicht nochmal zurückgehen, ne? Wäre vielleicht ne Idee Ja, 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 ja Irgendein Level ab Ist mir das auch grad egal Muss das jetzt sein? Scheiße Ähm Homesick überlebens, die Shit Oh, Mann Oh, Mann, ey Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann Oh, Kacke Oh, und diese Level Scheffel ist hier auch noch Ich kotze Die lächeln viel zu schnell Ähm Hier liegen Beta Und Leifer Beta So Weg hier Irgendwie Weg hier, hier, hier Fuck, geht man nicht auf die Kaija, 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 keine Eier Was glaub ich hier für eine Mist? Ich weiß es nicht Und Ich weiß nur, dass mir die Fiecher auf den Geist gehen Bei sowas von Überskanone Dass ich jetzt schon wieder weg muss und So, hier ist das scheiß Telefon Mal heilen gehen So, und Anrufen, danke 6.000 Oh, 309 Alter Mh 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 Ja, wir wissen, dass es, äh, traurig klingen Mom Mh 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 Alta dieses Dungeon Das macht mich noch fertig Oh Mann Alter Das macht mich noch übelste Kanone fertig, ey Oh Mann Oh Mann, Oh Mann, Oh Mann ,Oh Mann, Oh Mann, Oh Mann, Oh Mann Oh Mann, Oh Mann, Oh Mann, Oh Mann, Oh Mann, Oh Mann, Oh Mann Oh Mann Oh Mann Doch, du bist die Kotze. Dieses Lanschen geht mir voll auf die Eier. Ganz ehrlich. Wir sind ganzen, übertreten, vielen Gegnern, aber das habe ich mir selber zu schreiben, dass ich hier mit Hardmode durchlaufe. Aber egal. Was soll's. Warum macht das wie bei... wenn ich mir eigentlich immer noch so wenig Schaden? Das ist doof. Naja, egal. Die EPA, ne? Also, die Level, die sie hier kriegen, das ist echt ein bisschen viel übertrieben eigentlich, aber nur gut. Smash! Und Schiss! Das war sehr gut. Jetzt kommen wir hier wenigstens weg. Ordentlich. Schnell. Okay, weg, 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 weg. Und ich will irgendwelche Viecher zu leisten hier. Ach, du musst jetzt natürlich noch dazu kommen, ne? Du Scheiß-Sap-Ear. Ich hasse dich und deine Familie. Deine ganze Gottverdammte Familie. Ja, deswegen hasse ich dich. Wegen dem Scheiß-Verdammten-Picke-Förner-Beta. Ach, nee. Mann. Das Abgrund, die mir nervig ist. Ein nerviges Scheißvieh. Des Todes und des Verderbens. Ja, komm halt her. Ich geh jetzt auf den Keks, ey. Nein, 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 nein. Was? Warum kann ich den einsetzen? Was macht das denn? Ach, nee. Ach, so ist das gemeint. Okay, äh. Die Fans, die Fans. Dies ist viel, ey, ne? Also manchmal gehen die gegen mich echt auf den Keks. Oh, das ist nicht eigentlich jetzt einfach, so wie wir einen hohen Löffel haben. Das ist echt mal 76, ey. Das ist echt zu hoch. Und du willst mal auch wieder auf den Geist gehen, ne? Fuck, Jupitonia. Du Scheiß-Pflanze. Fuck. Danke. Also wir müssen, ähm, äh, wo müssen wir jetzt noch mal lang? Ich weiß es schon gar nicht mehr richtig. Noch mal nachgucken. Also nicht auf die Karte sind dann halt dann gleich nachher, wenn wir dann dort ankommen. Also selbst 93, ich habe dann erst noch, ey. Der hat schon eine hohe Verdammt-Tor-Verteidigung. Das ist eben gar nicht, hier. Äh, man. Alter. Lass mich doch mal alles zufrieden. Muss das sein. Zu viele Gegner. Viel zu viele, der will. Guck, wie viel schaden wir schon verursachen, ey. Das ist echt. Nimm ich überhaupt auf. Äh. Ja, ich nehme auf. Perfekt. Äh, ich habe nur kurz auf die Festplatte geguckt. Äh. Zweifel jetzt. Muss das denn sein? Smash! Sehr gut. Und bitte weg, Enten. Danke, 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 Ness. So. Äh. Status, Ness, ist nicht kaum sehr gut. Ich habe eine Karte, hätte, ey. Ich bin jetzt schon wieder verwirrt, dadurch, dass das so viel, so, ähm, lange dauert, da wieder hinzulaufen, wo ich hinwollte, jetzt eigentlich. ist echt. Das ist echt nervig. Was? 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 What? He? Kack. What the hell? What the kack? What the fuck? Fuck you, bitch. Vieh. Mist, Vieh. Zu der für Besucher, ohne die wären wir hier, glaube ich, voll im Arsch. Ich glaube zumindest, das ist mal, dass wir dann hier voll im Arsch wären. Ähm. Was zum... Ähm. Ja, toll. Wieder auf Polar. Na gut, das ist auch ganz okay. Äh, und Hefiebesuch kann man wieder. Ich bin froh, dass die nicht kaputt gehen kann oder so ein Kram. Boah. Äh, wo ist das nochmal lang? Ich hab schon da. Hier oben noch irgendwo, oder? Was sind wir denn gerade eigentlich? Ähm. 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 Ich glaube, wir müssen nochmal irgendwo rum. Oder so. Äh. Ja, muss das jetzt sein? Ähm. Autsch. Autsch. Da nicht gut. Autsch. Das überlebt er, glaube ich, sowieso nicht. so, wie es aussieht. das überlebt er nicht. Scheiße. Ah, nein, muss das jetzt sein? Paul-Left dran sitzt, schön für sie, aber Chef ist mir verreckt. Ähm, PSI, hier, Gamma. Danke. Na, toll, aber nicht sehr viel HPB belebt worden. So. Ist das nochmal lang? Ähm. Ja, wir sind hier, glaube ich. Ja, wir sind hier richtig gut. Na, wir haben die Kale Paula fast umgebracht. Das ist nicht dein Ernst. Wir haben Paula fast umgebracht. Was soll denn der Mist? So. Ach, müssen wir zwei von den Viechern hier rumlaufen, muss das sein. Also hier ist irgendwo noch ein Magic Trüffel. Da sollte ich's, äh, holen. Zufälligerweise. Oh. Ach ja, die, 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 die Levelabs interessieren mich gerade gar nicht irgendwie. Schmeißen wir kurz ein, Ding, sie weg. Ist nämlich irgendwo noch ein Trüffel. Äh, Besucher. Kurz. Und tschüss, danke. Ähm, wie nutzt man das jetzt? Ähm, Piggynose, Jus. Die Levelabsitzung sind die überwahrt hier. Ist das unendlich benutzbar? Anscheinend schon. War doch irgendwo ein Trüffel. Äh, den halt nicht. Was soll's? Scheiß, was drauf. Die Scheiß ist auf das Trüffel. Auch wenn's, glaube ich, sehr viel heilt, aber, was soll's. Ist mir jetzt gerade egal, ich will hier einfach nur durch irgendwie. Also von daher, einmal eben kurz, du benutzt wie deine Heavy Besucher, wenn das Vieh jetzt nicht gerade stirbt. Okay. Gut. Nee, Viecher, Nerven, Nerven, liebste Kanone. Scheiß, Mistviecher. Ja. Und du, ihr habt's jetzt bitte dran, so schnell wie möglich. Ich will hier nämlich endlich weg. Ich will hier raus. Oh Mann, muss das sein? Haben die jetzt nicht, ach nee, die haben jetzt Viecher gerufen, ne? Scheiße. Gar nicht gut. Da könntest du mal auf und aus weichen. Mann. Autsch. Hört auf mich hier immer zu anzugreifen, Mann. Mensch. Ah. Nein, 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 Gottverdammte Kacke nochmal. So, der ist schon mal tot, der ruft jetzt irgendwas. Nee, gut. Das ist noch okay. Nein, ich hab's nicht an, ihr verteidigt. Du musst weiter, der Nefziger Besucher. Danke. Ist sicher. Ist egal, es sollte vielleicht mal geheilt werden. und zwar mit einem Leifer-Beta. Gut. Lass mich alle doch mal zufrieden. Ihr Misst Viecher, ich hasse euch. Ich hasse euch. Ihr blöde Misst Viecher. Heißt, er hat er... er hat er... Jesus, 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 Meteorite. Ja, die ist klar. Jetzt kriegst du einen Kack. Ja, davon habe ich noch getroffen. Das ist tough. So, Packet. Äh, Just Paula. So, Salzpaket zu essen, stelle ich mir nicht gerade lecker vor, aber naja. Also als. Und tschüss. Und bumm, zack. 32 HP ja schaden, ey, das ist doch... Ein Witz ist das doch. Also im Witz im Sinne von, das ist nicht wahr. Das ist nur ernst. Dass die mir noch Schaden machen, das geht nicht mehr. Ich meine, das Paul hat die Hitsi besucht nie was aus, aber trotzdem. Das ist nervig, dass die nichts aussieht. Und deswegen habe ich dir auch den Frankenberg gegeben, ne? Also von daher... Ah, na 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 na, das ist wie es schon mal tut. Und du triffst nicht, das ist gut, hast du ganz eh, was er gesoffen heute, hä? Nach dem 7 Uhr für heute Morgen, und ich nehme immer noch auf. Ich nehme mich ganz schlepp-Börner. Schon vier Stunden Material zusammen, ne? Glaub ich. Ähm, dann ging's das nochmal lang. Ähm, AP. Wäre mal wie in der Heilung angesagt, glaub ich. So. Und...